Hehehe, ich kann die von mich, ja? Hier, lass' gehen! Yuda, schlau! Also, er ist auch athletic. Er muss in den Jeans sein. Hurry, hier! Hurry, hier! Wir müssen da gehen. Und dann werden wir geflogen. Wenn wir die Brücke aus der Toa-City bekommen, sind wir außerhalb der Toa-City. Ich bin sicher, dass die Kinder uns nicht schlafen. Als wir aus dieser Stadt, wir haben uns mit Sportdrinken geflogen. Warte, warte! Warte, warte, warte! Wir sind hier! Was willst du denn sonst tun und schwimmen? Was willst du denn sonst tun und schwimmen? Aber zumindest du kannst du überwarten. Du sagst das, als ob du es schon erlebt hast. Hm. Was? Was? Bonda-Junga! Das ist schlecht! Die Brücke wird verschlafen! Geh, los geht's zurück! Oh, 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 oh! Was ist mit ihnen? Omaru, mach was! Vollspeed! Wir haben noch 2 Minuten. Oh, ich weiß! Verdammt, sie wieder kamen! Wir sind fertig! Ein bisschen mehr jetzt. Los geht's! Jetzt ist es wahrscheinlich so voll knapp. Ich bin sicher! 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 Es gibt es nur ein guter Schwimmer! Es gibt immer noch jemanden! Oops. Don't be a hero! Idiot swimmer? But I'm on the track team! Anyway, this isn't the time to rush into things. Let's think this out. I'm honored that you worry about me, but I've already made up my mind. S-so you're just going to refuse to listen to reason? Look, all I have to do is ask for help from those future Foundation guys after I cross, right? I'll bring back help. I promise. No matter what it takes. Oops. Uh, Judah! Hm? Um... Be careful! If you run into any trouble, come back right away, okay? Hey, no need to worry. I'll get to the other side, any way I can. Oh, man. Die Brücke ist einfach nicht weggekontakt und nicht weggekontakt und einfach lief in die Brücke. Der ist eine drückende Brücke einfach ins Wasser. Der ist einfach zum Wasser gesprungen. Das ist nämlich dumm. Stirbt er jetzt? Ah, die Bombe. Nein, was ist passiert? Was ist passiert? Toco! Was machen wir? Wir müssen uns schnell und erholen ihn! Yuris! Was ist passiert? 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 Die Brücke ist nicht unbedingt ein No-Go, man sieht die Stadt im Hintergrund, also könnte man rüberschwimmen, man müsste nur erst das Armband entfernen. Subway? Did the Subway line go out of the city? Yeah, I think it did. You should have said that before! Well, sorry, I just remembered it right now. And besides, there's no way the trains work. You're right. If the power's out, they definitely won't be working. Ugh, like I said, you can't give up so easily. Even if the train stopped working, we can get out of town if we just walk along the tracks. So don't give up. And let's go. Y-Yeah. Okay. Well, I don't know if it's okay to say this, but I'll do it for you to seek as well. Jeez, you're simple-minded. Getting all riled up from a half-assed speech like that. But still, I... The way Yuta died, there's no way I can just keep it secret from that idiot swimmer. Well, either way, first Master and I need to get out of this town. So, where's the subway? We didn't see it on the way over here. I-I'm not sure exactly. Well, Toko, I'm starting to think that if we work together, we can find it for sure. Stop wasting your breath on sentimental crap and let's get moving already! Toko, let's get out of here together, okay? Irgendwie erinnert mich die Synchronsprecherin... It might be better, if we didn't get out of that hotel before. We went straight for the bridge last time. There should be a path going the opposite way. Then let's go over there. Irgendwie erinnert mich Doko Synchronsprecherin an die Synchronsprecherin von Yanderechan aus Yandere Simulator. Mit der Brücke komme ich hier weg. Ah, ernsthaft? Das alles macht keinen Sinn. Diese Bären. Jetzt endlich bin ich wieder frei. Und jetzt passiert so etwas? Dies... Sind diese Kinder Terroristen oder was? Paradies. Das alles macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss aus dieser Stadt raus. Zuerst gehe ich zu dieser Brücke. Wenn es meine Schwester wäre, würde sie bestimmt kopfüber ins Wasser springen und zum anderen Ufer schwimmen. Aber so ein guter Schwimmer bin ich nun auch nicht. Aber jetzt geht's erstmal zur Brücke. Ich muss es dahin schaffen. Wenn ich meine Freunde und Familie wiedersehen will. Ja, so aui. Aui, hätte ich da gesehen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Yeah, 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 yeah. Da hinten muss der Monokumas sein. Das ist weiter Wallhack. Das ist weiter, okay? Ja, ja. Das ist wieder... Vielen Dank.